Wie bereits berichtet, findet am 3.9. auf der IFA die zweite Berliner Meisterschaft im Cosplay statt. Und zwar in der Halle der Young IFA Nr. 72C. Der Stand der MMC ist leider ein wenig in der Ecke versteckt. Damit ihr ihn auch findet, hier ein kurzes Video dazu. Übrigens, alle Cosplayer kommen von 11 bis 12 Uhr über den Eingang Messe Süd kostenlos zur IFA. Cosplay ist natürlich vorausgesetzt. Dort werden dann von der MMC alle fleißig eingesammelt und zur Halle 72C eskortiert, wo dann gegen 13 Uhr die Meisterschaft stattfindet. Wer als Zuschauer kommt und sich etwas verspätet, nicht so schlimm, denn das Ganze geht bis etwa 16 Uhr. Aber auch danach ist noch was los. Immerhin hat die IFA bis 18 Uhr geöffnet. Allen Besuchern viel Spaß, weites Material von der IFA gibt es demnächst. Die Anderfa gespielte halfway. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017